Hi zusammen, Alpecin Lude On Air, das größte jährlich wiederkehrende Sportereignis des Planeten steht an, die Tour de France 2016. Und klar, auch wir bei Alpecin werden immer nervöser, werden immer passionierter, hektischer und wollen irgendwie das Beste rausziehen, das ein oder andere Gewinnspiel noch machen, aktivieren, machen, tun und natürlich unserem Team Giant Alpecin um Degenkolb, Dumoulin und Bagil, Gerschke die Daumen drücken. Das ist ähnlich klappt wie letztes Jahr mit dem Etappensieg von Simon. Was mich richtig, richtig, richtig freut und beeindruckt ist, dass wirklich immer mehr Mitarbeiter, ob mit einem krummen oder einem geraden Lenker, auf dem Fahrrad unterwegs sind. Hier entsteht bei uns bei Alpecin eine echte Passion fürs Fahrrad und das ist natürlich mit der einen oder anderen Frage verbunden. Daher haben wir uns überlegt, dass wir hier auf dieser Bühne, auf diesem Kanal bei YouTube die Möglichkeit anbieten, dass auch ihr einfach die eine oder andere Frage zur Tour de France, zur Technik, zur Technik rund ums Fahrrad, Training, was auch immer euch beschäftigt, stellen könnt. Also kontaktiert uns gerne YouTube, Facebook, die bewährten Kanäle und wir versuchen zeitnah auf eure Fragen zu antworten. Viel Spaß! die Untertitelung des ZDF, 2020